Sorge um Königin Margrethe, Winterurlaub, Altes Leiden macht Probleme. Erst wurde Prinzessin Sophia, 38, krank, anschließend traf es König Karl Gustav, 76, und Prinz Daniel, 49. Inzwischen haben sich die Mitglieder der schwedischen Königsfamilie allmählich wieder erholt. Doch nun hat ihre dänische Kollegin mit einem gesundheitlichen Leiden zu kämpfen, Königin Margrethe. 82, hat zunächst am Freitag kurzfristig einen Termin abgesagt. Nun bestätigt der Hof, dass auch ihr Urlaub nicht stattfinden kann. Eigentlich sollte die Monarchin am Samstag, 4. Februar 2023, um 10.30 Uhr im Kopenhagener Nationalmuseum die Ausstellung Jagden pro Danmarks Historien, DT. Die Jagd nach der dänischen Geschichte, eröffnen. Doch auf der offiziellen Website des Königshauses wurde bei dem Programmpunkt das Wort abgesagt in Versalien hinzugefügt. Die Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 4. Februar 2024 besichtigt werden kann, fand zwar statt, allerdings ohne Königin Margrethe. Die unerwartete Absage bestätigte der Hof nur einen Tag vor der Veranstaltung gegenüber der dänischen Zeitung Seeokö. Die Königin wird morgen, Samstag, anmd-Red, nicht wie geplant an der Veranstaltung teilnehmen. Da sie Rückenprobleme hat, teilt die Kommunikationsabteilung des Königshauses mit. Am Montag, 6. Februar, war zu diesem Zeitpunkt noch immer eine öffentliche Audienz der Königin angesetzt. Einen Tag darauf sollte die Regentin ins Ausland fahren. Doch daraus wird offenbar nichts. Nach der letzten Audienz vor der Auszeit hätte ihr jüngerer Sohn Prinz Joachim. 53, seine Mutter vertreten sollen. Sowohl die Königin als auch das Thronfolgerpaar Prinz Friederik. 54, und Prinzessin Mary, 51, hatten geplant, sich bis anschließend 13. Februar außer Landes aufzuhalten. Doch nun sind alle Pläne über den Haufen geworfen worden, und das gibt deutlich Grund zur Sorge, Margrethe scheint ernst zunehmende physische Probleme zu haben. Wie der Hof am Montag mitteilte, musste die 82-Jährige nicht nur die geplante Audienz aussetzen. Sondern auch den vermutlich lang ersehnten Winterurlaub. Die Königin hat ihren privaten Aufenthalt in Norwegen aufgrund von Rückenproblemen abgesagt. Erklärte die Kommunikationsabteilung des Königshauses gegenüber Billet Bladet. Das bedeutet auch, dass der Kronprinz die heutige öffentliche Audienz in Christiansburg abgehalten hat. Anführungszeichen. Ihr zweitältester Joachim hingegen hat durch die überraschende Wendung unverhofft frei bekommen. Da Margrethe nun nicht mehr verreisen kann, ist sein Einsatz nicht mehr nötig. Bereits 2022 hatte die Königin ihren geliebten Norwegen Urlaub streichen müssen, damals war sie kurz zuvor an Covid-19 erkrankt. Zuletzt hatte die Monarchin im Jahr 2016 aufgrund von Rückenschmerzen eine Veranstaltung mit nur wenigen Stunden Vorlauf absagen müssen, erinnert Billet Bladet. Die langjährigen Rückenbeschwerden sind auch der Grund, weshalb für die Königin, wann immer möglich, bei Terminen ein Stuhl bereitsteht. Ihre gesundheitlichen Beschwerden bestätigte die Königin erst 2022 persönlich, früher konnte ich endlos stehen und vergaß völlig, mich für einen Empfang hinzusetzen, selbst wenn es die Möglichkeit dazu gab. Sagte sie laut Seeok Hör gegenüber der Wochenzeitung Söndag, erklärte jedoch zähneknirschend, aber mein Rücken mag das nicht mehr. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, Konggehuset D.K., Seeok Hör D.K., BT.D.K., Billet Bladet D.K. Să fac totul ca la carte sărub rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu, da cee că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii, zi poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!